Starship-Test-Logistik komplett umgebaut, Pentagon-Geheimplan mit SpaceX als militärischer Hauptdatenknoten, interstellarer Besucher bestätigt, wann können wir sie fotografieren, NASA-Livestreams bei Netflix, Raumfahrt direkt ins Wohnzimmer, Astronauten sehen Kobolde in der Atmosphäre, Blue Origin liefert Mondlander für Start mit New Glenn, Esas Themis-Demonstrator für Wiederverwendung für Tests in Schweden angekommen, Methane-Sat ausgefallen, Totalschaden trotz Millionenförderung, Australien startet erste eigene Orbital-Rakete, diesmal ohne Kakadu. All das und was dahinter steckt, das nehmen wir heute genau unter die Lupe. Lust auf weitere spannende Einblicke in die Raumfahrt, dann abonnieren, nicht vergessen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen bei senkrecht Starter, deinem Space-Update auf Deutsch. In der Starbase von SpaceX kündigen sie sich die nächsten großen Schritte für das Starship-Programm an und diesmal stehen tiefgreifende Umbauten im Fokus. Letzte Woche hatte ich euch noch gefragt, wie es wohl im Starship-Programm weitergeht, nachdem die Testanlage Messys nach der gewaltigen Explosion von Chip 36 offensichtlich länger nicht zum Testen verwendet werden kann. Die Antwort bekamen wir von der Hardware vor Ort. Am Starttisch OLM1, da wird derzeit gearbeitet, damit sich ein Chip-Transportgestell direkt auf dem Super Heavy Launch Mount fixieren lässt. Das Ziel dürfte es sein, während Messys nicht einsatzbereit ist, Block 2-Oberstufen direkt am PET zu testen. Ein Novum in der Starship-Test-Logistik. Wie das aussehen könnte, das hat Astorak mit seinem Starbase-Simulator visualisiert. Link zu Andys Starbase-Simulator natürlich unter dem Video. Letzte Woche hatte ich über Ärger zwischen Mexiko und SpaceX wegen der Trümmer aus der Chip 36-Explosion berichtet. Laut SpaceX hat man die Gefahrenzone eingehalten. Dennoch wird wohl auch wegen des missglückten Tests von Chip 36 die Flugbeschränkungszone, TFR, rund um die Starbase angepasst. Sie umfasst jetzt den gesamten Bereich, der sonst während Startversuchen gesperrt war. Für die Messys-Testanlage wurde die Flugverbotszone von 2000 auf 5000 Fuß angehoben. Also auf etwa 1500 Meter Höhe. In der Community wird gemutmaßt, dass die vielen detaillierten Bilder der Zerstörung in der Messys-Testanlage von SpaceX so nicht gewünscht waren. Manchmal fragt man sich, war das schon alles? Ich bin Ende 30, ich habe einen Job, ein Kind, ein Leben mit Routinen. Aber auch diese eine Stimme im Kopf, die immer wieder sagt, da geht doch noch was. Früher, da war ich Leistungssportler, habe alles gegeben, trainiert, geschwitzt, mich durchgebissen. Ja, und dann hatte das Leben einen neuen Plan für mich. Prioritäten hatten sich verschoben und der Alltag hat übernommen. Ich will mit guter Ernährung und viel Sport meinen Körper zurückerobern, stärker werden, fitter, klarer im Kopf. Ja, und mehr Muskeln dürfen es auch wieder sein. Zu meinen Zielen, da passt perfekt das Kraftpaket von Naturtreu. Die Kombination aus Kreatin-Monohydrat und einem durchdachten Aminosäurenkomplex, die ist jetzt ein fester Bestandteil meiner Routine. Das ultrafein- und geschmacksneutrale Kreatinpulver, das lässt dich super in Getränke einrühren, Aminokraft liefert mir 8 essentielle Aminosäuren und Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Klar, Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise. Das in Hamburg gegründete Unternehmen Naturtreu bietet dir eine riesige Palette an den Deutschland entwickelten und hergestellten Produkten frei von überflüssigen Zusätzen. Überzeug dich selbst, mit meinem Link und dem Code senkrecht10 bekommst du 10% Rabatt. Sportlich angreifen, es ist kein Neustart, es ist ein Comeback. Für mich, für mein Wohlbefinden und für das gute Gefühl, die Kontrolle zurückzugewinnen. Lasst uns kurz anschauen, was letzte Woche gestartet ist, beziehungsweise wir starten am Sonntag. Den Start hatte ich noch nicht drin, letzte Woche in den News. Am Sonntag, 29. Juni, da führte Blue Origin den 33. Flug ihrer New Shepard-Rakete durch. Es war der 13. Flug mit Menschen an Bord. Die suborbitale Mission startete von der Launch Site One in West Texas. An Bord waren sechs zahlende Passagiere. Nach etwa 10 Minuten kehrten Kapsel und Booster planmäßig zurück zur Erde. Der Booster, der landete propulsiv und die Kapsel an Fallschirmen. Am Dienstag, 1. Juli, da startete eine Falcon 9 vom Kennedy Space Center mit dem europäischen Wettersatelliten MTG S1. Der Satellit wurde erfolgreich in einen Geotransferorbit gebracht. Aus der finalen Position, also dem geostationären Orbit, da soll MTG 1 mit seiner Co-Payload Sentinel-4A die Erdbeobachtung aus geoschnationärer Position unterstützen. Am Mittwoch, 2. Juli, brachte eine weitere Falcon 9 von SpaceX, diesmal vom SLC 40 in der Cape Canaveral Space Force Station, insgesamt 27 Starlink-Satelliten in den Orbit. Am Donnerstag, 3. Juli, da hob eine lange Marsch 4C vom chinesischen Weltraumbahnhof Xi Cheng ab. Die Rakete brachte den Satelliten Chijan 28B1 in eine Umlaufbahn. Offizielle Details zur Mission, die blieben vage. Ebenfalls Donnerstag, 3. Juli, da startete eine Soyuz 2.1a mit dem russischen Frachtraumschiff Progress MS-31 vom Kosmotor Baikonur. Der Transporter brachte Versorgungsgüter und wissenschaftliche Nutzlasten zur internationalen Raumstation. Auch Europa nimmt langsam Kurs auf wiederverwendbare Raumfahrttechnik. Der von der Ariane Group für die ESA entwickelte Themis-Demonstrator, eine 28 Meter hohe R-Stufe mit Landebein, die ist nach einer 3000 Kilometer langen Reise von Le Mureau in Frankreich im S-Range Space Center in Nordschweden eingetroffen. Das Projekt gilt als erster europäischer Großversuchsträger zur Wiederverwendung. Im Fokus stehen Tests von Landetechnik, Triebwerksintegration und Bodensystemen. Die Testkampagne beginnt mit Systemchecks und einem Triebwerkstest. Anschließend sind sogenannte Hop-Tests geplant. Bei diesen kurzen Flügen soll erstmal nur eine Höhe von etwa 20 Metern erreicht werden. Der Jungfernflug ist für Ende 2025 angesetzt. Zwei weitere Tests sollen dann Anfang 2026 folgen. Ballistische Flüge in große Höhe und anschließende Landeversuche, die sollen dann von Kourou in Französisch-Guyana erfolgen. Angetrieben wird der Themis-Demonstrator durch das Methan-Sauerstoff-Triebwerk Prometheus. Am 20. Juni gelang im französischen Vernon dazu ein bemerkenswerter Test. Vier Zündungen des Prometheus-Triebwerks in direkter Folge. Ein Novum in Europa für Triebwerke dieser Klasse. Mit 100 Tonnen Schub spielt das Prometheus-Triebwerk in der gleichen Liga wie das Merlin der Falcon 9. Wie dieses nutzt es einen offenen Gasgeneratorzyklus. Die Fähigkeit zur mehrfachen Zündung ist ein zentraler Baustein für wiederverwendbare Raketen. Das Prometheus-Triebwerk wird als Antriebskandidat für die Ariane Next gehandelt. Ein auf den ersten Blick unscheinbarer Posten im US-Verteidigungsbudget sorgt derzeit für Unruhe. Das Pentagon plant offenbar, ein Milliardenprojekt zur satellitengestützten Datenübertragung in niedriger Erdumlaufbahn zu kippen, zugunsten eines neuen Programms namens Milnet. Größter Profiteur vermutlich SpaceX. Die US-Regierung unter Trump scheint das bisherige Architekturmodell der Space Development Agency, das auf einem wettbewerblich organisierten Mix aus Tracking- und Transport-Satelliten basierte, durch eine streng geheime, kommerziell gestützte Lösung zu ersetzen. Im Fokus steht dabei das Starlink-Netzwerk von SpaceX ergänzt um das ebenfalls von SpaceX entwickelte StarShield-Satelliten-Netzwerk. Das militärisch gehärtete StarShield soll bereits aus 200 einsatzbereiten Satelliten im Orbit bestehen. Knapp 500 von SpaceX operierte Milnet-Satelliten sollen hinzukommen. Wenn SpaceX mit Synergieeffekten zu Starlink vermutlich mit technischer Reife und niedrigen Stückkosten punktet, schlagen Kritiker wegen möglicher Abhängigkeiten von einem Anbieteralarm. Auch soll so erstmals ein kommerzieller Akteur in der militärischen Kill-Chain Einzug halten. Apropos Streaming aus dem All, die NASA bringt ihre Missionen auf die große Streaming-Bühne. Ab diesem Sommer wird NASA Plus auch über Netflix zu sehen sein. Mit Livestreams von Raketenstarts, Astronauten bei Außeneinsätzen, Echtzeitbildern von der ISS und Missionsbegleitung. Das bisherige NASA Plus bleibt dabei weiterhin kostenlos und werbefrei über die NASA-App und die Website der Raumfahrtbehörde abrufbar. Die neue Netflix-Partnerschaft erweitert den Zugang zu NASA Plus mit dem Ziel, ein noch größeres Publikum für Wissenschaft und Raumfahrt zu begeistern. Mit über 700 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit erschließt Netflix der NASA ein neues Publikum und erfüllt gleichzeitig den gesetzlichen Auftrag der NASA, Raumfahrt möglichst breit zu vermeiden. Eigentlich schon letzte Woche passiert, hier als Nachtrag. Mit einem kurzen Video hat Blue Origin die Raumfahrt-Community letzte Woche aufhorchen lassen. Auf einem Transporter rollte ein zylinderförmiges, offensichtlich klimatisiertes Behältnis durch den Rocket Park in Florida. Ziel die Produktionsanlage der New Glenn. Die Auflösung ein Tag später durch Blue Origin. Es handelt sich um das Mittelmodul des 8 Meter hohen Blue Moon MK1 Mondlanders. Der MK1 Lander soll für Frachtflüge zur Mondoberfläche genutzt werden und ist auch ein Technologiedemonstrator für Blue Moon MK2, der neben dem Starship HLS von der NASA für Mondlandung mit Crew genutzt werden soll. Noch kein gesichertes Startdatum, aber Eric Berger schreibt auf Ars Technica von einem Start auf der vierten New Glenn in der ersten Hälfte von 2026. Nicht bei Blue Origin, aber unter anderem mit Geld von Jeff Bezos. Da wurde die Mission MethaneSAT finanziert. Ein herber Rückschlag bei der Detektion von klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre, die ist jetzt mit dem Ausfall des Satelliten zu beklagen. MethaneSAT, der hochsensibler Umweltsatellit zur Überwachung von Methanemissionen, ist offenbar endgültig ausgefallen. Das Team des Environmental Defense Fund hat den Kontakt verloren. Die Diagnose vollständiger Stromverlust, ja eine Wiederherstellung gilt als extrem unwahrscheinlich. Finanziert unter anderem durch Jeff Bezos und unterstützt von der neuseeländischen Regierung, war MethaneSAT erst im März 2024 gestartet worden und konnte Methanquellen in bisher unerreichter Auflösung aufspüren. Damit war MethaneSAT eine bedeutende Ergänzung zu ESA-Satelliten wie Sentinel-5P, die großflächig, aber weniger detailliert arbeiten. Die Daten von MethaneSAT, die waren als Datengrundlage für internationale Maßnahmen gedacht. Der Ausfall reißt nun ein empfindliches Loch. Im April 2029, da fliegt der 370 Meter große Asteroid Apophis in nur 31.600 Kilometer Entfernung an der Erde vorbei. So nah wie kaum ein anderes Objekt seiner Größe. Das ist ja sogar näher als der geostationäre Orbit. Diese Konstellation bietet Forschenden die einmalige Gelegenheit, die Struktur eines potenziell gefährlichen Asteroiden zu untersuchen. Ein Schlüsselelement für künftige Abwehrstrategien. Doch ausgerechnet NASAs bestgeeignetste Mission OSIRIS-REx steht wegen geplanter Budgetkürzungen durch die Trump-Regierung vor dem Aus. Die Sonne befindet sich nach der spektakulären Asteroiden-Probenrückführung bereits auf Kurs Richtung Apophis und soll den Asteroiden bei seinem Kurs um die Sonne begleiten. Die Mission läuft nun unter dem Namen OSIRIS-APEX. Ein Abbruch wäre ein wissenschaftliches Desaster und eine Vergeudung von Ressourcen, waren Experten. Hoffnung machen die Missionen Ramses der ESA und Destiny Plus der JAXA, die sich beide diese einmalige Chance nicht entgehen lassen wollen. Die Zeit läuft und Apophis kommt. Apropos Besucher aus den Tiefen des Alls. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat am Mittwoch bestätigt, dass ein neu entdecktes Objekt mit dem Namen A11PL3Z interstellaren Ursprungs ist. Also nicht aus unserem Sonnensystem kommt. Damit wäre es nach Oumuamua und 2i Borisov erst das dritte bekannte Objekt, das nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Ist aber durchquert. Aktuell befindet sich das mittlerweile 3i Atlas benannte Objekt innerhalb der Jupiterbahn und soll im Oktober seinen sonnennächsten Punkt zwischen Mars und Erde erreichen. Astronomen weltweit beobachten das Objekt intensiv, in der Hoffnung mehr über seine Zusammensetzung und Herkunft zu erfahren. In der Zukunft wird es vielleicht möglich sein, diese Besucher aus der Nähe zu beobachten. Mit dem Comet Interceptor der ESA wird es ab 2029 eine an einem Lagrange-Punkt geparkte Sonde geben, die auf besonders spannende Astroiden und kosmische Besucher wartet. Die Jagd nach interstellaren Besuchern hat offiziell ein neues Kapitel aufgeschlagen. Von so einem interstellaren Objekt würde ich ja schon gern mal ein Bild sehen. Apropos beeindruckende Bilder aus dem All. Als die ISS am 3. Juli über Mexiko in die USA flog, wurde dieses bemerkenswerte Foto geschossen. Zu sehen war ein Sprite, Englisch für Kobold. Sprites sind Entladungen in der Hochatmosphäre, die über den Wolken auftreten und durch intensive elektrische Aktivität in den darunterliegenden Gewittern ausgelöst werden. Ein vielleicht historischer Moment für Australien rückt näher. Gilmore Space hat als neuen Termin für den ersten Orbitalstart seiner australischen Rakete Dienstag, den 15. Juli, angesetzt. Damit soll die AERIS-1 erstmals vom firmen eigenen PET-1 am Bone Orbital Spaceport in Queensland abheben. Die Mission Test Flight 1 magiert nicht nur den Debutflug der 25 Meter hohen Rakete, sondern auch den ersten Versuch, eine Nutzlast von australischem Boden mit einer in Australien entwickelten Rakete in eine orbitale Umlaufbahn zu bringen. Der erste Orbitalstart von australischem Boden war 1967 RES-SAT mit einer amerikanischen Redstone-Rakete. Gilmore Space gibt sich weiter optimistisch. Jeder Moment der Mission, selbst Teilerfolge, würden wertvolle Daten zur Weiterentwicklung des Systems liefern. Frühere Startfenster der dreistufigen Hybrid-Rakete im März und Mai scheiterten einmal wegen des Wetters, dann durch eine ungewollt ausgelöste Nutzlastverkleidung. Ein neugieriger Kakadu, den die Überwachungskameras bei der Fehleruntersuchung offenbarten, konnte als Ursache übrigens ausgeschlossen werden. Die Nutzlastverkleidung der AERIS-1 wurde ausgelöst, als benachbarte Komponenten während einer routinemäßigen Abschaltung der Rakete eine Rückkopplungsentladung erzeugten. Der 15. Juli, der könnte nicht nur ein symbolischer Meilenstein für Gilmore Space, sondern ein technischer Durchbruch für Australiens Raumfahrtambitionen werden. Apropos Durchbruch für Raumfahrtambitionen, dass es diesen Kanal hier noch gibt, ist kein Zufall, sondern das verdanken wir alle den großartigen Säckrechtsstarter Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monitär unterstützen. Vielen Dank für euren Rückhalt. Du willst auch mithelfen, Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum zu verbreiten? Ja, dann schauen wir unter dem Video, dort findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Zur Belohnung gibt es ja dann alle Videos früher und ganz ohne Werbung. Vielen Dank. Lasst uns noch schnell auf den Start der kommenden Woche schauen, für wirklich eine kurze Woche. Vielleicht machen Raumfahrtingenieure ja auch mal Sommerferien. Ich habe tatsächlich nur am Dienstag, den 8. Juli, den Start einer Falcon 9 vom SAC40 in Cape Canaveral auf dem Schirm. Diese Mission, die bringt erneut eine Ladung Starlings-Athleten ins Saal. Hier noch einmal der Hinweis auf meinen exklusiven Naturtreu-Deal. Mit meinem Link und dem Code senkrecht10 bekommst du 10% Rabatt. Gönn dir zum Beispiel wie ich das Kraftpaket und greif wieder an. Ich hoffe, du bist auch gerade im Sommerurlaub oder der warte dich noch. Und ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dann mal.